und mit durch die stadt ja die kleinen aber t7 ja genau tige eins kommen wir durch tgp am turm ja wir spielen die mittlere panzer ja genau das sehen viele denn auch nicht denken die fahren heavies warum fahren die nicht vor oder so aber dass man bloß 50 millimeter panzerung hat bei einem tiger 1 oder tiger p kv 13 da nützt es auch nichts schräg zu stellen da müssen sie schon ziemlich dussig schießen damit die abprall haben das gerade schade dass unsere beiden anderen habe ich nicht mit kommen ich fahre nicht zu weit vor Apo 13 Wie weit die anderen Skoda T24, 25 Stunden sind Alle Heavys jetzt nach rechts Was ist das für ein Spatsinn Es sind ja noch zwei Heavys Die die Straße halten können Oh Mann ey War ich am zuckeln Ich bin leider nicht ran War zu spät Der KV-13 kommt her Er zieht dich zurück Wohin denn? Ja, er kommt jetzt wirklich her Eine unserer Ketten ist zerstört Wir sitzen fest Der ging voll durch ihre Panzerung Ich bin leider nach Verlust, ich sehe sie nicht mehr Mist Entschuldige Kein Problem Wenn wir den kriegen, ist das noch in Ordnung Er hat glücklicherweise nur die Ketten erwischt Und mich danach ignoriert Ich würde jetzt defensiv bleiben Und ein bisschen weiter hinten Okay, ich räume mal zurück Weil die brechen gleich auf der anderen Seite durch Und zumindest, dass wir in die Mitte gucken 3 zu 7 Ich meine, ist sowieso verloren Also von daher Oha Ich hoffe nicht, dass wir das noch Dafür haben die alle Heavys Das ist eben in dem Ah, der schmeißig hier, ne? Braust hier Fond Mit der kann nicht runter Hier geht's bei mir grad noch Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie weit ich rausgucke Linz Wirkungstreffer Wirkungstreffer Okay, wirkungstreffer Mist, da war die Gelegenheit. Super. Ich hab ja mal bloß so einen blöden kleinen Vitzel gesehen. Mhm. Hey, kehrt du rechts von uns? Oh! Hunter? Ich grad mit ran. No. Jo. Können wir aber behaupten, sie brauchten drei, nee, vier Panzer auf uns zu verdichten. Ja, das ist 1229 Schaden, also wirklich zufrieden. 1356? Ja, auch super. Ja, also das war wirklich ein überragendes Gefecht mit dem Panzerball. Los eben und auch, dass wir schön beieinander waren und da muss man sich viel nochmal mehr absprechen auf dem Schießband. Ich habe nun gesehen, dass du auf die Hellcat auch geschossen hattest, dass man dann auf den gleichen schießt. Ja, wir machen ja nicht so viel Schaden, da sollte man sich wirklich zusammen auf einen konzentrieren, glaube ich. Und es ist einer raus, dann ist es schon mal einer weniger, der auf die schießen kann. In diesem Fall ist natürlich ärgerlich, dass unsere Heldings, vier Heldings, sag ich mal, einem Medium hinterherfahren. Ja. Also, bitte. Hallo? Achso, die Kette war weg. War gerade um überlegen, was für den Plan der KV85 hat. Vorbeischee. Oh, an dem Panther haben wir auf 482 runtergeschossen. Den Panther habe ich 406. Dreimal habe ich ihn getroffen. Wo habe ich denn den Panther? 412. Dreimal getroffen, ja. Okay. Teuer verkauft, würde ich sagen. Ich denke auch. Es ist ein bisschen ärgerlich, dass wir jetzt verloren haben, aber zufrieden. Ja. Das sind Richtschütze, Panzerbrecher. Als Fünfer im Siebener-Gefecht. Ich mache ein Foto und schicke es an die Freunde. Ja. 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 Hahaha. Ja.